Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom MLC Late Night Talk. Wir sprechen heute über das Thema Biker und Cross. Als Co-Moderator mit dabei ist der Markus und unsere Gäste, der Peter und der Alexander. Ich frage einfach gleich mal in die Runde, Peter, Alexander, Biker und Motocross. Ihr seid jetzt als Biker hier vom Outfit her. Wie seid ihr denn zu diesem Fetisch gekommen? Ja, ich habe 1996 einen Motorradführerschein gemacht und war dann gleich bei der Wiesenausfahrt von den MLC-Bikern. Das war mein erster Bike-Event und wir haben dann später, bis aus den MLC-Bikern, sind dieser Biker geworden. Und da sind wir auch seit Anbeginn dabei, sind Tourleiter, fahren regelmäßig. Okay, das heißt, es ist tatsächlich für euch nicht nur ein Fetisch. Ihr findet nicht nur die Optik geil, sondern ihr seid tatsächlich auf der Straße unterwegs mit dem Motorrad. Das sieht man, glaube ich, auch an der Kombi sehr schön. Die ist benutzt. Da sind noch die Spuren, die Kampfspuren drauf, die bei einer Ausfahrt auch wirklich passieren. Das ist ja auch so ein Streitthema. Da gibt es manche, die sagen, die Kombi muss sauber sein, sauber geleckt und sonst gefällt mir die nicht. Aber eure sind ja wirklich im Leben benutzt. Hat das auch eine Auswirkung darauf, ob man das dann so richtig geil findet, noch mehr genießt? Also bei mir, muss ich sagen, ist eigentlich egal. Also die, wie du schön sagst, die Kampfspuren, ja, die kommen halt, weil ich sie eben auch tatsächlich zum Motorradfahren verwende. Es ist aber trotzdem auch ein Fetisch-Objekt. Und wenn sie dann halt so aussieht, dann sieht sie so aus, dann ist es realistisch. Aber wenn sie geputzt ist, ist es auch okay. Also es muss nicht sein. Ich habe da auch mehrere. Als Fetischist, glaube ich, ist es jetzt nicht so verwunderlich. Und ja, alle werden eigentlich auch zum Fahren verwendet. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Motorradfahren ein Hobby ist. Es ist eine schöne Kombination aus Fetisch und Hobby. Aber bei mir funktioniert das Motorradfahren auch ohne den Fetisch. In nicht so sexy Kleidung, wenn das Wetter das verlangt. Und dann ist es eben so. Aber die schönste Kombination ist natürlich immer, wenn man den Fetischismus in diesem Fall mit dem Hobby verbinden kann. Daher natürlich lieber so. Und die Kombi wird natürlich bequemer, wenn man sie mehr benutzt oder halt auch auf dem Motorrad. Was dann natürlich, wenn man sie mal nicht auf dem Motorrad anhat, ist man dann auch ein bisschen beweglicher, als wenn sie so ganz neu ist. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, wird oft angesprochen. Die Kombi, die Techno, da habe ich übrigens auch eine zu Hause, die hatte noch sehr viel Leder. Leder Kombi, wie der Name ja schon sagt. Dann gibt es modernere Varianten. Moderner in dem Sinne, wie die beiden, die wir hier sehen. Da ist auch schon viel Stoff dran. Gibt es den Fetisch einen Abzug, dass man sagt, da wird mehr und mehr Stoff eingebaut. Achtet man darauf, wenn man sich eine neue kauft oder auch gebraucht wird auf den entsprechenden Seiten? Es lässt sich heute kaum mehr vermeiden, dass so viele Textileinsätze drin sind. Und es ist natürlich auch im Motorrad deutlich bequemer, weil es halt nachgibt. Aber das Schönere ist schon, wenn sie komplett in Leder ist. Oder wie bei Rebellion, dann auch mit dem Lederfutter. Das hat dann schon noch ein ganz anderes Tragegefühl, als wenn innen drin ein Kunststoffnetz wäre. Du sprichst jetzt schon Marken an. Gibt es da Spezielle? Ist das, sag ich mal, für den Fetisch konzentriert der sich auf bestimmte Marken? Oder ist es eigentlich wurscht und Hauptsache ich habe die Lederkonten? Ich denke, das ist modellabhängig. Wenn man jetzt an die TH denkt, die hat ja hier die schrägen Reißverschlüsse, die so schön über die Nippel gehen. Da kann man natürlich schön spielen damit. Und ansonsten denke ich, erlaubt ist, was gefällt. Oder wenn man im Laden steht, da wo der Schritt reagiert, dann ist das wohl das Teil, was einen anspricht. Und dann sollte man das auch kaufen. Also es ist jetzt nicht unbedingt fixiert. Es muss, ich weiß nicht, wir haben jetzt hier eine Dianese, wir haben eine Vanucci-Kombi hier. Da muss es nicht die eine bestimmte sein. Es ist also kein wirklicher Markenfetisch, sondern es geht um die Klarotte. Das muss man schon sagen. Es gibt schon auch Markenfetisch. Ja, aber das würde ich sagen, dass wie bei anderen Fetischen auch, wenn man da jetzt an Sportswear, Sneaker etc. denkt, da gibt es auch einen gewissen Markenfetisch. Es sind so bestimmte Firmen, die einfach überrepräsentiert sind. Das würde ich sagen, ist ganz allgemein in dieser Szene, wenn man Szene nennen möchte, schon auch so. Also es gibt bestimmte Marken, da gehört Dianese einfach dazu. Es ist aber auch die Firma Elpins, da sind auch Italiener. Ja, schon, aber auch hier bei Vanucci, ist schon überrepräsentiert. Und ich denke schon, dass da ein gewisser Markenfetisch dahinter steckt. Bei Crossgear, wie jetzt hier bei Markus, ist es nicht ganz so, weil da auch, also, aber ich glaube, da ist es noch ein bisschen gemischter. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die großen Firmen auch häufig sehr gute Schnitte haben. Was also bei unbekannteren Marken mir selber aufgefallen ist, dass sie einfach nicht so gut passen. Ich will da jetzt gar keinen Namen nennen, aber es gibt eben einfach in großen Motorradketten, gibt es so Eigenmarken. Meistens passen sie nicht ganz so gut oder sind dann einfach nicht so bequem. Ob die jetzt weniger geil sind, das würde ich jetzt persönlich nicht bejahen. Also ich finde, es kann auch durchaus eine Marke sein, wenn der Kerl, der drinsteckt, entsprechend sexy ist, dann ist die Verpackung, macht das Ganze dann noch besser. Es geht dann okay, ich muss stimmen. Da muss es dann eher stimmen, ja. Also ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ach, der Inhalt ist gar nicht so wichtig, der Fetisch ist das Wichtigste am Ganzen. Der Fetisch ist wichtig, aber es muss trotzdem passen. Also wenn ein Typ drin ist, der auf gut Deutsch gesagt scheiße ist, dann nutzt die ganze Optik nichts mehr, das ändert dann nichts mehr. Finde ich super spannend. Das bestätigt das, was wir auch in anderen Folgen schon gehört haben. Der Fetisch macht einen großen Teil auch, aber es bleibt immer noch eine Geschichte zwischen Menschen, die da stattfindet. Und es muss halt auch das Gesamtpaket insofern stimmen, dass es, sage ich mal, auch authentisch wirken kann. Also man kann ja auch eine Länglitz anhaben, die anziehen, es ist schwarzes Leder, und die Person, die es trägt, der steht es dann überhaupt nicht. Also auch sowas gibt es. Ich finde, das ist bei allen Fetischen der Fall. Das ist auch bei Sportswear der Fall. Da geht es dir nicht darum, dass wenn jemand Sportswear trägt, zwangsläufig ein Sportler sein muss, der eine absolut athletische Figur hat. Aber es gibt halt auch Extreme, wo ich mir denke, das sieht jetzt einfach nicht mehr aus. Und es passt dann auch irgendwo nicht mehr. Und das ist aber, glaube ich, allgemein bei allen Fetischen wirklich der Fall, dass es irgendwie zusammenpassen muss. Und dann geht es auch nicht darum, in meinen Augen, ob jetzt bei diesem Fetisch, ob derjenige Motorradfahrer ist oder nicht. Und wenn er den Fetisch hat und sagt, okay, ich fahre gar kein Motorrad, aber ich finde es toll und mir gefällt es und ich finde es geil, dann finde ich auch, dass da nichts dagegen spricht, dass auch jemand, der nicht Motorrad fährt, das durchaus tragen soll und natürlich auch darf. Also jeder so, wie er eben mag. Und wenn man es zum Motorradfahren benutzt, okay, wenn nicht, auch okay, es ist ein Fetisch. Jetzt haben wir eben schon gehört, zum einen, verpackt war ein Stichwort, der Kerl, der drinsteckt und man kommt ran. Du hast jetzt gerade eben ein Modell erwähnt mit Reißverschlüssen an den entsprechenden Stellen. Ich stelle es mir schon schwierig vor, weil man kommt ja an den Menschen eigentlich gar nicht ran. Oder gibt es Möglichkeiten, die da geschaffen werden, wie jetzt zum Beispiel Reißverschlüsse an irgendwelchen Stellen? Oder wie geht man damit um? Man kann natürlich zum Spielen auch einen durchgehenden Reißverschlüssen reinmachen lassen, dass man an die Stellen, wo man hin möchte, auch besser rankommt, auch über die Nippel oder so, dass das dann praktisch ein Spielanzug wird. Und ist der dann noch auch raßentauglich, sag ich mal? Kann man den trotzdem zum Fahren benutzen? Das kommt auch die Modifikationen an. Wie stark sieht er im Straßenverkehr auf? Da wäre ein Beispiel vielleicht. Ja, wie in der guten Fernsehküche. Die haben wir mal vorbereitet. Also die hier ist sicher auch noch fahrtauglich, so wie sie ist. Es gibt ja zum Beispiel auch Reißverschlüssen aus Gummi oder Silikon oder sowas. Da denke ich mir, ich würde mich damit nicht unbedingt aufs Motorrad setzen, zumindest nicht für weitere Fahrten. Aber letztlich muss es jeder selber wissen, ob er sich so einem Risiko aussetzt, weil da ist ungefähr so wie mit Badehose dann auf dem Motorrad zu sitzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein super geiles Gefühl, dann in einem speziellen Anzug auch Motorrad zu fahren oder was weiß ich, ein Cockgurt oder ein Sackgewicht oder ein Hannes drunter zu tragen während der Fahrt. Das ist dann natürlich schon auch anregend. Gibt es auch Ablenken? Das ist ja auch eine Frage. Da muss man sich in der Tat ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht abgedeckt ist. Das schenkt natürlich ab, aber bis zu einem gewissen Grad ist die Ablenkung ja auch völlig okay. Wenn wir gerade Ablenkung sind, guckt ihr dann auch anderen Bikern auf der Straße hinterher, wenn irgendjemand jetzt eine Kombi anhat, wo ihr sagt, wow, haben wir das nicht gesehen oder so? Ja, okay. Ablenkung an jeden Ecken und Enden. Ja, gerne. Sehr gut. Und beim Sex ist es halt der Reiz, wenn dann halt der Reiz verschlusslos ein Stückchen offen ist, dass man dann halt nicht gleich alles sieht, so im Gegensatz zum komplett naked Sex machen, dass dann halt die Verpackung auch noch mithilft, den Appetit zu steigern. Und es hängt ja auch immer noch ein bisschen davon ab, was will ich überhaupt machen? Das ist ja vollkommen individuell, wie bei allen Arten von Sexualität. Was mache ich überhaupt? Und an welchen Aktivitäten hindert so eine Gier? Und das denke ich auch wieder bei allen Fetischen so, dass man gewisse Dinge einfacher machen kann. Man muss da gar nicht ins Detail gehen. Das kann sich jeder auch vorstellen. Dass es Sachen gibt, die funktionieren genauso gut. Völlig egal, ob ich ein Kombi anhabe oder nicht. Und manche Praktiken werden vielleicht ein bisschen schwieriger. Und da ist man halt dann etwas einfallsreicher. Da bin ich jetzt mal neugierig, wie einfach, sage ich, man denn da so wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, zwei Kerle gut in der Lederkombi, okay, vielleicht auch mit den Reißverschlüssen an den entsprechenden Stellen. Und jetzt haben die noch einen Helm auf. Das ist doch ein Helmgeklapper ohne Ende. Ja, klar. Aber das gehört ja irgendwo auch dann zu diesem ganzen Fetisch, damit es ein bisschen authentisch wird, ja auch dazu. Es gehören ja auch die Gerüche dazu, die Sensorik und auch die Handschuhe. Ich kann natürlich jetzt Handschuhe anziehen, mit denen ich viel mehr Feingefühl habe. Das ist bei solchen Handschuhen jetzt weniger der Fall. Aber das macht halt dann auch irgendwo so ein bisschen den Reiz aus. Und weil du es gerade angesprochen hast, mit Reißverschlüssen, ja, das kann sein, wenn ich an diese Stellen überhaupt an will. Aber es ist ja bei Fetisch auch häufig so, dass ein ganz großer Teil des Genießens bei dem, was auch immer man tut, eben genau diese, diesen leichten Einschränkungen, dieses Gefühl, dass man das auch spürt, dass man merkt, das sind Protektoren, man riecht das Leder, man merkt es bei jeder Bewegung, dass es ein bisschen einschränkt. Und das gibt auch so ein bisschen den Kick dabei. Und ich muss dann nicht zwangsläufig all das machen oder all das machen können, was ich vielleicht mache, wenn ich jetzt mit einem Typen nachdemirgend bin. Also ich kann auf gewisse Sachen dann verzichten und das trotzdem genießen, weil dann eben der Fetisch ein großer Teil von dem Reiz ausmacht. Und auch dann beim Sex dabei ist, das mag dann für jemanden, der Fetisch überhaupt nicht nachvollziehen kann, vielleicht sogar ein bisschen langweilig wirken, weil er sich denkt, naja, was machen die da eigentlich schon? Die machen ja, um es jetzt meinetwegen gemein auszudrücken, die machen ja nur Petting. Also sprich, wenn ich einen Helm aufhabe, dann ist vielleicht Oralverkehr, also dann zumindest aktiv etwas schwierig. Das geht mit Helm nicht. Aber ich kann mir dann ja immer noch einblasen lassen. Ich kann wixen, ich kann anfassen. Ich habe trotzdem genügend Möglichkeiten, es zu genießen, ohne dass das diese Einschränkungen in irgendeiner Weise tatsächlich einschränken. Zum Thema Einschränkungen noch was ganz Praktisches. Ihr seid als Isarbiker ja auch viel eben unterwegs in den Outfits. Da gibt es ja sicher auch Outfits, die jetzt für die Straße vielleicht entweder nicht zugelassen sind oder nicht gut gedacht oder nicht geeignet. Das sind jetzt hier die Öhrchen. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Problem, wenn die fest am Helm dran sind. Aber sowas wie ein dunkel getöntes Visier oder ein verspiegeltes Visier, da kommt man ja manchmal auch schon so mit dem Gesetz vielleicht in Konflikt. Gibt es also da Grenzen für das Outfit, was man wirklich auf der Straße tragen kann und sollte? Ja, absolut. Weil in dem Moment, wo ich auf dem Motorrad sitze, nehme ich am normalen Straßenverkehr teil und unterliege dort jetzt nicht nur den Gesetzen und Regelungen, sondern es ist gerade beim Motorradfahren auch eine Frage der Sicherheit. Und da muss man sich dann einfach dran halten und kann jetzt nicht den Fetisch mehr in den Vordergrund stellen, sondern man muss dann wirklich sagen, nee, das geht nicht. Ich darf auch nicht unter irgendwelchen Drogen, und Alkoholeinfluss oder so am Straßenverkehr teilnehmen. Ob ich das beim Sex für mich mache oder nicht. Aber in dem Moment, wo es im Straßenverkehr ist, geht es einfach nicht. Da geht es wirklich nicht nur um die eigene Sicherheit, auch um die der anderen. Und das ist in meinen Augen so wichtig, dass ich dann sagen muss, nee, da geht wirklich die Verkehrssicherheit vor. Und das ist eben jetzt auch bei Helmen der Fall. Es gibt Helme, die sich eher als Fetischobjekt eignen als jetzt der. Das ist jetzt wirklich ein super bequemer, fantastischer Helm für den Straßenverkehr. Ob er jetzt so sexy ist, das muss jeder selber beurteilen. Aber es gibt Helme, die sind richtig geil, aber die würde ich niemals im Straßenverkehr anziehen. Wenn ich die brauche, dann muss ich sie halt im Gepäck zum Date mitnehmen, aber eben nicht tragen, während ich auf dem Motorrad sitze. Und das gilt jetzt auch für Stiefel, das gilt für Handschuhe. Eigentlich die ganze Kleidung, das ist wichtig. Was aber natürlich funktioniert, wenn man jetzt irgendwie speziellere Fetischklamotten anziehen will, die jetzt nicht unbedingt motorradtauglich sind, dass man dann eben aus dem Kostbereich dann ein Protektorenhemd drüber zieht oder was. Und dann ist man ja auch wieder sicher. Man hat dann auch einen Rückenprotektor, den Schildkrötenpanzer, Elbogen, Knie, alles was dazugehört. Und dann kann man natürlich drunter auch einen Latexanzug oder sonst was anziehen. Aber das ist einem dann nicht zu kalt beim Fahren. Aber das ist dann sicher auch ein ganz eigenes Erlebnis. Oder wenn man in der Toskana bei 40 Grad in der Sonne unterwegs ist und wer es mag, dann da in einem schwarzen Latexanzug. Das ist sicher auch was Besonderes. Wir sprechen ja auch als Erfahrung, als dieser Bike, der organisiert ja auch Ausfahrten, die jetzt auch nicht unbedingt was mit Fetisch zu tun haben. Das heißt, es gibt dort durchaus auch ernsthafte Anwendungen dieses Fetisches, weil man die Ausfahrt an sich ja genießen möchte. Und dass die Jungs, die dann dabei sind, entsprechend aussehen, ist dann sozusagen ein Add-on. Aber für euch steht dann tatsächlich auch die Ausfahrt, die Natur, die Gemeinschaft. Absolut. Es ist wirklich, dieses ganze Thema Isarbiker, das ist wirklich ein Hobby. Da geht es ums Motorradfahren. Und es wird auch aus diesem Grund dort niemand in irgendeiner Form ausgegrenzt, der nicht in Fetisch teilnimmt. Dass er sagt, ich kann damit nichts anfangen, aber ich möchte gerne Motorrad fahren und möchte gerne in einem schwulen, in einer schwulen Motorradgruppe fahren. Dann ist er da genau richtig. Der Fetisch ist, wie du sagst, ein Add-on. Das heißt, auch jemand, der im Fetisch gerne da teilnimmt, ist genauso willkommen, darf genauso mitmachen. Es ist aber nicht Ziel der Sache, sondern das muss man dann ganz klar trennen. Es gibt gerade vom MLC diverse Veranstaltungen auf dem Underground. Da geht es dann nicht ums Motorradfahren. Da ist dann egal, ob man mit dem Motorrad oder mit dem Bus dahin kommt, sondern da ist dann wirklich wieder der Fetisch das Hauptthema. Und wenn jemand eben nur den Fetisch hat, dann ist er bei den Iserbikern vielleicht nicht ganz gut aufgehoben, weil ohne Motorrad müsste er hinterherlaufen. Das ist ein bisschen schwierig. Man kann aber natürlich auch insoweit kombinieren, wenn man zum Beispiel jemand als Sozius mitnimmt. Der hat natürlich Möglichkeiten, die man als Fahrer nicht hat. Eben um zum Beispiel die vorigen Hingeschränkungen hier ein bisschen anzusprechen. Es geht ja auch um Sichtfeld. Ich muss einfach ein Sichtfeld haben, damit ich gerade auch den Motorrad, den Verkehr wirklich gut beobachten kann. Werde überhaupt nichts dagegen spricht, wenn ich einen Sozius hinten drauf habe, der kann durchaus mal eine Maske tragen, eine Gummimaske, vielleicht, dass er da nicht zieht. Ich kann ihn ein bisschen fesseln. Oder Feuchtlinge anziehen, statt Handschuhe zum Beispiel Feuchtlinge. Genau. Also das sind dann alles Möglichkeiten. Dem kann ich auch einen Platt verpassen oder irgend sowas, der ihn dann sicherlich extrem ablenkt beim Motorradfahren. Nur er muss sich ja nicht konzentrieren aufs Fahren. Er muss ja nur aufpassen, dass er nicht runterfällt. Und da hat man dann wirklich Möglichkeiten, wie man da dann spielen kann, ohne dass es jetzt den Verkehr beeinträchtigt, also den Straßenverkehr oder die Sicherheit. Den Speziellen. Und andere. Lass ich einfach mal wissen. Da haben wir ja gleich eine neue Aufgabe für unsere Balken hier am Boden. Alles schon vorbereitet. Bin ich gut. Ja, ich hatte es schon erwähnt, wir haben ja im Underground auch diese Veranstaltungen, Bike Going Cross, das ist ja ein Thema einer unserer Partys, aus den vielen, die wir anbieten. Da ist ja auch die Mischung recht wild teilweise, eben Lederkombi, dann gibt es auch Cross, auch Kombinationen daraus. Da stellt sich oft auch die Frage nach der Farbigkeit. Ihr seid jetzt eher klassisch schwarz-weiß, ein bisschen Kontrastrot da drin. Ich bin jetzt sehr knallig. Gibt es da einen Trend? Sieht man, dass es jetzt eher noch bunter, farbiger, knalliger wird oder passend zum Motorrad? Oder geht es wieder in die klassische schwarze Richtung? Du hast vorhin da auch Rebellion erwähnt. Ich kenne die Kombis, die sind halt klassisch schwarz mit Leder, Butter und Eisbeschlüssen. Aber man bestellt sie entsprechend, genau. Also gibt es da einen Trend? Seht ihr da eine Änderung? Ich denke mal, klassisch schwarz passt eigentlich immer. Und ansonsten, ich habe da keinen Trend beobachtet. Ich habe normalerweise die Farben auch eher etwas dezenter, aber trotzdem farbig. Aber ich habe jetzt natürlich auch schwarze Stiefel. Ich habe eine schwarze Kombi. Kann man dann auch jeweils kombinieren, wie es gefällt. Ich finde schon, dass man es zumindest im Underground sieht. Aber ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Es ist alles vertreten. Und das war aber vor einigen Jahren auch schon der Fall. Also ich finde, da gibt es keinen konkreten Trend, den man da beobachten kann. Die einen stehen eben eher auf komplett knallig und bunt. Also ein bisschen so mehr wie im Rennsport oder in der Cross-Szene, einfach im Fernsehen, das auch allgemein so ist. Bei Cross ist es auch, es gibt es natürlich komplett in einer Farbe oder komplett in schwarz, aber das ist relativ unüblich. Also die meisten Cross-Sachen bekommt man überhaupt nicht in gedeckten Farben. Und damit ist es ja einfach schon so vorgegeben, dass es halt so zu sein hat. Und dann folgt man dem eben auch. Und bei den Lederkombis, da gibt es halt alles zu kaufen. Und dementsprechend ist auch alles vertreten. Und also ich habe auch alles, muss ich sagen. Also ich habe von, das ist ja jetzt sehr, sehr gedeckt, auch wenn weiß dabei ist, aber es ist ja sehr, sehr klassisch und nicht gerade knallig. Ich habe es auch ganz anders. Ich habe es mit Neon und also richtig knallige Farben und schön bunt und auch Handschuhe natürlich. Stiefel jeweils passen, die sind eben jetzt auch noch passend schwarz. Aber es ist alles da und es ist alles erlaubt. Und die Abwechslung ist ja auch etwas, was ein bisschen Spaß macht. Also auch in der Kombination, weil ich sehe auch gerade, Peter hat ja auch jetzt Troststiefel zur Lederkombi. Da gibt es ja auch Perfektionisten, die sagen, hm, weiß nicht, macht man das? Also ich persönlich finde das schön, das zu kombinieren, wenn das denn irgendwie passt. Ich nehme an, das ist auch erlaubt und okay. Oder gibt es da auch Leute, die wirklich sagen, nee, also das muss jetzt zusammenpassen. Und warum ist der Stiefel nicht in der Farbe wie jeder? Die gibt es immer. Aber die hast du in der Gummiszene auch. Wenn du dann angeschnauzt wirst, du kannst doch keine Sneakers zu Gummi anziehen. Ja, wieso nicht? Also da muss ich auch wieder sagen, das muss doch jeder so entscheiden, wie er es selber mag und wie es ihn selber anmacht oder wie es ihm gefällt einfach. Und ich finde, die Kombination ist okay, solange sie nicht vollkommen daneben ist. Und mit vollkommen daneben meine ich jetzt, weiß nicht, wenn man dann irgendwie einen Helm aufsetzt, der mit dem Motorrad nichts mehr zu tun hat, sondern irgendwie eher an Mickey Mouse erinnert oder so, dann würde ich sagen, es ist immer noch erlaubt, wenn es demjenigen gefällt, aber es ist dann vielleicht nicht mehr so szene-tauglich, wenn derjenige das gerne macht. Okay, aber ich bin der Meinung, dass man ganz grundsätzlich verschiedene, also wenn man jetzt vom Motorradfahren redet, verschiedene Stile durchaus mischen darf und auch kann. Und wenn jemand jetzt mehr auf Cross-Stiefel steht, aber eben Lederkombis, warum nicht kombinieren? Das ist vollkommen in Ordnung. Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Zu dem Thema fällt mir noch ein, wir haben jetzt ja auch relativ schwere Stiefel an, wird auch oft gefragt, kann man da drin sich überhaupt noch bewegen oder stehen oder was anderes tun, außer Motorrad fahren? Also ich habe zum Beispiel auch eine Kombi, da kann ich tatsächlich nur so sitzen, wenn ich mich da aufrichten will, nach einer halben Stunde tut mir der Rücken weh. Also spielt das auch eine Rolle bei der Auswahl, was man sich so holt, wenn man sich jetzt im Hinterkopf merkt, ich will nicht nur Motorrad fahren damit? Da würde ich empfehlen, im Laden die Sachen länger anziehen, eine Viertelstunde oder so, und dann ausprobieren, weil es tatsächlich nicht nur Kombis, sondern auch Stiefel gibt, die eine gewisse Körperhaltung dann vorschreiben. Und auch bei den Enduro-Stiefeln, da gibt es halt welche. Kleine Anekdote, vor ein paar Jahren waren wir in Tirol mal irgendwo in einem Kaffee drin und diese Stiefel, die quietschen beim Laufen. Und dann war ein Vater mit seinem Bub am Tisch gesessen und dann der Bub so, Papa, warum hat der mal einen Skistiefel an? Fand ich dann natürlich auch sehr nett. Aber die quietschen sehen aus wie Skistiefel, sind mal zu wuchtig, aber man kann super mit denen laufen. Also da kann man auch einen Stadtbummel damit machen. Und dann gibt es halt auch Stiefel, die halt dann maximal 10 Meter zum Parkautomat oder zum Aussichtspunkt und dann ist es vorbei. Also Empfehlungen ausprobieren, anprobieren, schauen, ob man sich damit bewegen kann. Wenn man was anderes damit vorhat, also Rotorat zu fahren. Ich denke, das ist so entscheidend, was der Hauptzweck sein soll, warum ich mir die eine oder andere Sache kaufe. Und dann sollte man das auf die Tauglichkeit hin testen. Aber wenn man jetzt so einen Fetisch hat, dann bleibt es ja meistens nicht bei einem Outfit, sondern es ist ein üblicher Fall jetzt ja, es wird dann irgendwie mehr. Man kann es immer so gar nicht so kontrollieren, aber plötzlich muss dann doch noch was Zweites, Drittes und keine Ahnung was her. Und dann irgendwann hat man natürlich auch eine gewisse Auswahl, wo man dann sagt, ja gut, je nachdem, was ich heute damit machen möchte, brauche ich dann nur noch hingehen und sagen, heute brauche ich die Kombi, mit der ich gut laufen kann, heute brauche ich die Kombi, mit der ich gut aussehe, heute brauche ich die Kombi, die vielleicht besonders bespielbar ist oder so. Da hat man es ja auch in der Hand, das ein bisschen zu steuern. Das kann man ja dann auch zwischen MX-Gear und Lederkombi natürlich dann auch wieder etwas abstimmen, wenn man vorhat, den ganzen Abend im Underground zu sein. und dann steht man dann einfach gerade, man will ja auch was trinken und möchte sich unterhalten, es gehört ja schließlich auch alles dazu. Dann muss man vielleicht eine Gier wählen, die das eher zulässt als eine reine Kombi, die so diese Haltung vorschreibt. Und die Gier, die im Underground bequem ist, die kann dann vielleicht unbequemer sein, wenn man mit dem Motorrad hinfährt zum Beispiel. Also auch so rum kann es passieren. Also das alte Thema, ich habe nichts mehr zu ziehen. Ja, das ist total krankvoll. Das wird sich nie erledigen. Was mich noch interessiert ist tatsächlich, inwieweit beschränkt sich der Fetisch auf die Gier oder inwieweit spielt denn das Motorrad beim Fetisch selber auch eine Rolle und wird das auch mal eingebunden in das Spiel? Das würde ich sagen, das ist, könnte man aus dieser Sichtweise heraus, könnte man das Motorrad als Accessoire bezeichnen. Wenn es jetzt wirklich um den Fetisch geht und das jetzt gerade das primäre Ziel ist, warum ich jetzt vielleicht aus dem Motorrad stehe, dann durchaus, man kann natürlich mit dem Motorrad auch gerade im Rahmen einer Motorradtour wunderbar irgendwo im Überland, in einem Waldstückchen, da gibt es verlassene Parkplätze, weiß ja jeder, da kann man natürlich dann das Motorrad gleich mitverwenden, zumal man dann nicht irgendwo im Waldboden im Ameisen rumkniet, sondern dann gleich was Praktisches hat. Man stelle sich vor, man kann Sklaven sehr gut drüberlegen. Wenn er da bleiben soll, dann kann man mit Handschellen an der Fußraste arbeiten und so Dinge. Also durchaus auch sehr praktisch. Und es ist dann, ja man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Feuerwehrmann, wenn ich sage, boah, ich stehe total auf Feuerwehruniformen und da gehört, keine Ahnung, eine Brechstange oder ein Beil mit an die Ausrüstung des Feuerwehrmanns. Ich weiß nicht, ob ich ein Beil oder eine Brechstange beim Sex brauche. Also ich habe es bisher noch nie gebraucht. Aber ich denke, das gehört dann einfach dazu. Ich meine, das muss das Ganze dann irgendwo vervollständigen. Und deshalb ist natürlich ein Motorrad am Biker auch irgendwo ein Vervollständigen, des ganzen Bildes. Und ob jetzt das Motorrad selber Teil des Fetisches ist, würde ich jetzt sagen, nicht wirklich. Also das Motorrad als solches mag dann ein taktischer Gegenstand sein, der auch das Bild, wie gesagt, vervollständigt. Aber das Motorrad selber ist bei mir und ich denke auch bei den meisten anderen, bei den meisten anderen nicht unbedingt Objekt der Begierde, sondern ohne den dazugehörigen Biker ist es halt dann doch einfach nur ein Motorrad. Wie ist es mit der Motorvibration? Das höre ich von manchen, dass sie sagen, okay, gerade wenn sie vielleicht auch geplagt sind oder in ähnlicher Weise etwas tragen, ist die Motorvibration, die Fahrt an sich ja schon anregend. Und passiert das also auch, dass man im Prinzip, dass man das Aussprechen vom Fahren geil wird? Kommt das vor? Ja, ich habe häufig eine Latte, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Und das hat nicht mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern insgesamt mit dem Fahrgefühl, mit dem, wenn ich jetzt Entspannung sage, trifft es das Wort nicht ganz, sondern das Fahrerlebnis und das Freifühlen und vielleicht auch so die Entspannung, die da mit zusammenhängt. Und dann gibt es da schon sehr schöne Gefühle. Auf jeden Fall hängt ja auch noch vom Motorrad ab. Eine Crossmaschine oder eine mit einem Boxer, Boxermotorrad, sei es von einer süddeutschen Firma oder auch von einer anderen, erzeugt ja auch entsprechend mehr Vibrationen als irgendein Hochleistungsrennhobel. Da ist dann mit Vibrationen weniger. Gut, er mag dann das Fahrwerk wieder zuschlagen. Also es hängt auch ein bisschen vom Motorrad ab. Das heißt, man kann damit auch einem eventuellen Sozius was Gutes oder was Fieses tun, wenn man die Strecke entsprechend wählt oder das Motorrad. Ich sehe die Blitze aus dem Augen. Das stört mich auch jetzt nicht. Es kommt ja noch was dazu. Das ist ja dann auch noch eine Kopfsache. Wenn ich jetzt als Fahrer auf dem Motorrad sitze, spüre ich das natürlich. Aber wenn ich jetzt weiß, ich habe hier noch jemanden draufsetzen, der entsprechend präpariert ist oder nicht, dann ist es ja auch so die Geschichte, dass man das so ein bisschen auch mitkriegt. Der kann dann in der Regel seine Hände auch nicht so ruhig halten oder so, weil er dann irgendwie unruhig wird da hinten. Und das kriegt man natürlich als Fahrer dann auch absolut mit. Und dann ist es eine Kopfsache. Dann sind es nicht mehr die Vibrationen, die einen geil machen, sondern das Wissen, wem man hinten drauf hat oder wie es dem vielleicht gerade gehen mag. Und das ist dann natürlich schon extrem anregend, wenn man den Spaß genießen kann oder die Tatsache genießen kann, dass da hinten einem gerade richtig gut geht. Oder auch nicht. Nach dem, was man möchte. Das ist schon ein ganzheitliches Erlebnis. oder die Latte vom Sozius im Rücken spürt, ist uns dann relativ häufig. Generell bekommt der Begriff Plug-in-Technologie gerade eine völlig neue Bedeutung, unabhängig von Elektromotor. Elektromotor. Das haben wir jetzt beim Motor. Sehr schön. Am Auto, glaube ich, funktioniert das nicht. Schwierig. Ja, dann, glaube ich, haben wir die wichtigen Themen abgegrast. Die Dinge, die uns unter dem Legen gebrannt haben. Schön, dass ihr uns ein bisschen was erzählt habt über euch und was ihr so tut. Und einen Einblick in diesen Fetisch und das Fahren gegeben habt. Ich finde es besonders schön, dass eben das Gesamterlebnis da auf dem Vordergrund steht. Und eben nicht nur der Fetisch und nur die Fahrt, sondern dass die Kombination, das wirklich noch was ganz Besonderes ist. Danke, dass ihr hier wart. Gerne. Du hattest gar nichts dazu gesagt. Siehst du das auch so? Ja. Prima. Dann, danke schön, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Allseits gute Fahrt, genau. Bis bald. Das wünsche ich euch. Und euch danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.